Denn der Multi-Deal hat ja die Koordinaten im Kopf, weil ich habe das beste Gedächtnis ever. Ich habe meine SSD einbauen lassen. Ich habe mich schon wieder selber intipiert. Diesmal keine Monster. Die sind schon alle bei Multi. Cool. Juckt ihn einfach nicht. Der Grinder vor der Haustür. Der hat meinen Hund getötet. Oh mein Gott, die haben deine Hunde getötet. Ich habe keine Fackel. Kommen. Warum? Leute, was war das denn gerade? Wissen deine Abonnenten schon, dass du jetzt zweimal täglich eine Folge rausbringst? Ja, jetzt werden sie es wohl wissen. Wenn sie das sehen. Wir bringen ab jetzt zwei Folgen täglich, zwei 15 Minuten. Habe ich gar nicht dran gedacht, das zu sagen. Ja, gut, dass es den Johnny gibt. Das erwähne ich dann einfach in einem Kommentar. Und dann dieser, naja. Ja, ist ja, ist ja ein Kommentar. Ja. Den Eckding, sonst musst du gar nicht machen da, ne. Ich weiß, nur zum Hinsetzen nutze ich das. Weißt du. Was ist das? Nein, ich weiß nicht. so den boden mache ich auch noch mal schön hier ich weiß gar nicht warum aber ich gucke irgendwie generell immer viel lieber die kleineren youtuber guck doch lieber multideemon hunter ich meine jetzt so kleiner als ungespielt und so die sind ja meistens noch besser und gespielt ist eigentlich gar nicht so gut der hatte einfach nur das glück dass er viel 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 wie sagt man gepusht wurde von anderen großen youtuber das stimmt sogar ja habe ich alles gemacht und dann wurde ich gefeuert irgendwo schön aussieht was auch dass du dich nicht vom blitz töten lässt was pummel bei ritter hexe was weiß ich doch nicht ich muss mal googeln oder so nein nicht wo holz ist weiß doch nicht was pummel bedeutet bin ich schwul das war eine frage an dich bist du okay dann habe ich hier nichts verloren doch dann bist du hier genau richtig guck dir robben mal an und johnny vor allem der steht da sogar drauf robben vor allem gut dass ich nicht robben werden sondern multi ja wer weißt du sowas dann geht ihr was ich weiß es von dir mein kopf für die und der leistungslos das ist so sehr er ja das ist allgemeinbildung könnt ihr euch auch mal kaufen ich weiß allgemeinbildung steckte erst ein wenn man das buch und ich meine ich doch ab durch das ist passiert schon wenn man ja ich weiß es auch was da habe ich auch meine allgemeinbildung ja okay ich höre den blitz ich habe angst ich habe es auch gehört ich bin willkommen mein zimmer ist es dunkel ich habe angst sind wir denn so nah wir sind über wasser das wasser ist nicht gerade geräusch sicht aah den verstehe ich was habe ich hier gefunden also als kann mir die tüten fischereien das war es nicht wirst du schweber werfen na gut dann haben wir ja echt ganz schön was geschafft wir haben bald das ganze wasser überwunden und ich will mein haus noch bauen ich bin mal gespannt was so nach empfinden sie kommen wird in den sieben näher nach um den kanal zu hat er mich schon anvertraut und heim gut dass das hier niemals sehen wird weil wir euch jetzt umbringen und so ne standard au k ich weiß ja schließlich wo du wohnst ich wollte sagen hier ist doch gar nicht wo ich wohne doch ich weiß wo du wohnst oh hab ich mich gerade erschrocken das ist nur 15 Kilometer von hier Johnny jo wahrscheinlich kannst du mich kurz zu dir typen nö das traue ich mich nicht weil ich habe angst im dunkeln ja ruhig angst dran hannes hat fünf äpfel berechnet in das volumen der sonne sieben oh mein god t-slash-tp zu wir wollen die zusammen mit bahn bauen macht mal spaß ja ja das ist echt witzig du wolltest doch wie bist du auf dein youtube kanal gekommen Ich könnte jetzt fragen beantworten als dachte ich mir einen der für Takes wo wir alleine sind für alles was du brauchst nur weil hier wird eh genug gelabert aber einmal musste immer manuell immer nachlegen ich bin eigentlich langs ruhig weil ich für sonst noch was benötigt oh ich hatte gerade einen Lag nö wenn du willst kannst du hier mit Air zu suchen aber wenn du willst kannst du mich auch verlassen also du kannst Urban helfen Lohnt sich's noch beim Haus anzufangen? Äh klar Ich denke ja Ja Mag mich dann jemand wieder nach Besucherhausen teleportieren? Ja denn der Multi der hat ja die Koordinaten im Kopf weil ich hab äh das beste Gedächtnis ever ich hab meine SSD einbauen lassen ich hab mich schon wieder selber hinterlegt Danke Mining Pickaxe Bitte Und nicht vergessen bevor du gehst alle deine Sachen so in Kisten tun Achso warte Damit du die alle klauen kannst Ja Verstehen So komm mal mit Nur ich werde schlecht die Möglichkeit haben dir ständig Sachen zu geben das müsste Johnny dann jetzt übernehmen Oh ich hab keinen Schnee mehr Ja Ja warte ich komm gleich ich zeig ihm nur mal eben ein Grundstück Gut Gut wäre eins in Ach ne hier noch nicht warte falsche Straße Gut wäre eins hier Ja du kannst ja jetzt auch eins machen Kenny Yay Ich erlaub dir Robin zu verlassen Du kannst das hier nehmen du kannst aber auch das hier nehmen wir haben hier aber nochmal ganz hinten am Wald eins Ich nehme das mit den Katzen Ich nehme das mit den Katzen Okay Oh An verschiedenen Farben das ist wie so ein Muster aussieht Ja ich will den Turmau noch umbauen ich hab da übelst gefuscht Okay Ja Sieht doch in Ordnung Na gut Sieht komisch aus Sieht eckig aus Hat du noch eine Axt für mich oder muss ich mir jetzt eine aus Holz machen Äh ich geb dir was warte bleibt bleibt in der Nähe vom Ende von Enderchest die weißt wo die ist Ja gut Ich hab ja vorhin schon Essen raus geholt Ah ja stimmt Dann ist mal äh Dingsbums bestimmt noch hier ja gut Also willst du dann auch ein äh Haus bauen Ja Ein kleines halt irgendwie Ne ich meinte Tackett Achso Ja der möchte auch Kannst ihn ja mal im Tentip gehen Oh ich verklick mich hier immer so Du kannst ja sein Nachbar werden oder so Aber bitte in der Straße noch Damit die Häuser angereicht werden und nicht ganz irgendwo Häuser erstellt werden Damit ich auch mal wieder die nächste Straße benennen kann Die nenne ich Giorgio Moroder Straße Wieso Weiß nicht ich find den cool Wer Giorgio Moroder Oder eigentlich Giovanni Giorgio Zeig ich dir nachher Können wir nicht uns zusammen einen Namen aussuchen der uns beiden gefällt Ok Giovanni Giorgio Was denn Was 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 Schlägst du denn vor Äh Mach ich Sag ich dir aufsgehen Ok Onkel Adi Mach jemand mal den Regen ausmachen Ach Quatsch Ja Hast du wieder angefangen Und da haben wir eine Axt gleich Außerdem war er mein Große und ich meine Regen Ja Moment Und hat jetzt Jetzt toll Jetzt hat's aufgehört Wo ich nochmal geklärt Ach Was war ich denn ernst Er hört auf So Eine Axt Was wollt ihr denn so für Materialien Ich glaube nicht mehr in der Stadt Wo du vergessen hast Getötet wurde Also ähm Ich glaub ich möchte mit Äh Gibt's so viele Blöcke hin Ich hab Marble in Massen Marble finde ich irgendwie Hm Ich werfe euch trotzdem mal mal ein bisschen was an Äh rein Dass ihr Wenn ihr es braucht nehmen könnt Ich möchte gerne aus dir Blöcken bauen Mhm Ich dich auch Und die hat ja mit den DIA Blöcken längst noch nicht übertrieben Nö Das ist geht eigentlich noch Ich hab eigentlich erst überlegt Ob ich das nicht wirklich aus DIAs mache Den Boden hier aber Ah Das kommt in ein größeres Also dann habe ich noch ähm Sandstein Ich habe Fichtenholz Fabric of Reality Für die Emos unter euch Wolle Ja Orange Wolle Schwarze Wolle Steine Ganz bisschen Fabric of Reality Und dann möchte ich noch irgendwie so ein schönes Forestry Holz Irgendwie von Da hast du ja von manchen ein bisschen was Ich habe Sequoia Ich habe Sequoia Ganze Menge Zum Angebot Und ich habe Teak Sonst ist alles ein bisschen sehr wenig Ähm dann nehme ich Sequoia Und vielleicht Und vielleicht Was Ne Marble Bricks Ah was alt habe ich kaum mehr was wegen der Villa Ja Marble Bricks So wie sieht 2D aus Teaket Was Ich heiße Teaket 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 Meinte ich Teaket Nein der heißt Teaket Ah das ist eure Film Warum habt ihr denn alle so ne gleichen Namen Entschuldigung Kennet So Ja nämlich Kenny Oder wie auch immer Kenny Außerdem heißt der Tecky Und nicht Teckteam Der heißt Teckteam Teckteam Ich war es ganz sicher nicht Oh nie Ja jetzt geht es ja wieder So ich tue nochmal Sandstein rein So Guck mal so in dein Äh Guck mal in deinem crafting CPU was da so drin ist In meinem Verdammt ich habe mich verlaufen Hey Hey warte auf mich Warum bist du ja nicht hier habe ich dich nicht in den Nachwesuch aus dem Teapet Ich wurde getötet jetzt schon vergessen Ach gar nicht gemisch gekriegt Hehehe Ich war konzentriert Merk man Doch wo ist mein Grundstück Als gegenüber von Mining oder wo Wäre gut ja Damit das aufgeschlossen wird Ist ja ein schönes Grundstück eigentlich Okay Es geht neben Ach ne ist doch nicht mehr neben Friedhof Nee aber in der Nähe vom Wald Und Wald ist schön Das stimmt Wenn ich ihn abholzen darf Ja Schade Dann nicht Ich will ein anderes Ich protestiere Formeller Protest abgelehnt Informeller Protest geht auch nicht Ich 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 Und Ich 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 Untertitelung des ZDF, 2020